von Kleszner da unten stand für Bella ach so ok, das ist Kevin O und Simi sein und zerfordert ok nice äh, das ist jetzt schon für Bella so, ja, für Bella, jetzt John Cena und und von dem ich übrigens grad mein Shirt an hab das exklusive Wismania Shirt von Kevin O und hab ich mir geholt Sami Zayn und Seth Rollins ich hab ein zu wenig ich hab doch alle gemacht blöde ja, sollst du ja, hol dir auf jeden Fall Merchandise von Kevin O und der Junge ist aber nur legend ähm hä habt ihr gesehen welchen ich vergessen hab oder haben wir hab ich mich verzählt 1,2,3,4,5,6,7 ah, wir hatten nur 9 ok ähm dann einfach noch einen äh wen wollt ihr nicht sehen doch semi Zayn hab ich ich hätt Bock auf Rusev ich mag Rusev das ist cool oder habt ihr irgendwelche Vorschläge ok ok dann mach ich jetzt auch Rains von mir aus von mir aus kommt es noch der Roman Reigns so wo ist Roman Reigns besser so wir haben Triple H Triple H Summers Finn Balor Kevin Owens Seth Rollins Kane Brock Lesnar John Cena Sami Zayn und Roman Reigns in unserem CMON Rumble nice so schnell der Einzug bitte und äh schnell Einzug ein oder aus ich würd ich würd eigentlich schon Einzug machen aber da ihr die Musik nicht hört würdest du noch mal schnell reinschreiben das hätt wohl ich was tun ich tipp übrigens auf ich tipp auf Brock Lesnar ne auf Cena ich tipp auf Cena aus ok alles klar los geht's unser 10-man-wall-wumble-pick-ins los geht's mit Finn Balor und Georgina die haben die gleiche Idee aber Finn Balor mit einem Endzug zurück akzeptiv seien ich meine Stadt so Beller zeigt sie für Prozent hat und eins die 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 sie sehr schön gemacht das sind jetzt noch die ersten beiden bella und sie noch der kommst du siehst du nicht scheinbar ist und sie sind jetzt kann er und zwar zu schütteln ich glaube ich glaube ich möchte es ist 2.000 und die berlin von zieler fest und verpacken hat sie ja noch darum erwartet aber uns kann die jungen ziehen und er zeigt einen äh das ist das ist das 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 ist das das ist auf jeden Fall jetzt im Ring und die Klick auf von Cina und dort die Woche verpasst ein das ist gleich und war ein Nürnberg auch ein Zuflitz aber auch in Köln und Prozent Prozent im Stoff draußen aber das ist es wichtig das erste Seil bleibt weiterhin drin erlaubt ob es hier Kevin Owens rauszuhauen, währenddessen John Cena sich gegen Simis probiert. Und er schafft es sogar, Simis rauszuhauen. Brock Lesnar kommt. Ich weiß. Mist gegen Cena Leitzen. Meine Meinung nach. Ich hab das damals nicht live geguckt. Ich guck das jetzt. Anfang 2013. Seit Tim Wohl Rumble. Na, eigentlich Ende 2012. Ich guck ich erst was legen. Ich weiß nur, dass Demis die geilste Promo übergehalten hat. Also, fast. Hinter Punk wahrscheinlich. Und hinter Paul Heyman ja, das mit dem dass er größer und besser ist als Stone Cold, Bret Hart was weiß ich. Er hat alle Legenden aufgezählt. Das ist so geil. der Promo. Der Schönen geguckt. Und jetzt kommt Rom Reigns. Während John Cena eliminiert von der Fakten. Tim ist schon falsch. Und zeigt, dass man nicht zu packen. Okay, ja. Ich hab auch das mitgebracht, ja. Ja, dadurch kann man wirklich viel nachholen. Aber, ja, gut, ja. Brock Lesnar konnte erst mal so ein Butterfly-Suplex von Finn Balor verpassen, ein Back-Suplex. Reigns probiert jetzt hier Kevin Owens rauszuhauen. Schafft er es? Nee. Seth Rollins ist jetzt im Ring. Und Brock Lesnar und Finn Balor rauszuhauen. Ich glaube, wir können uns auch in... Ich glaube, wir können uns auch in... ...und... Ich glaube, wir können uns auch in... Ich glaube, wir können uns auch in... ...wenn ich... ...kriegt nicht Rom Reigns. Und... ...Kriegt nicht Rom Reigns. Und Sammy Seen kommt, ich aus. Und Sammy Seen kommt, ich aus. Oh, boy, here comes the new kid on the block. Let's go. Let's go. Und... Oh, wait, so dahin, Kevin Owens. Kann sich drin halten. Welche Nummer war das jetzt? Hat jemand mitgezählt? Kann man bei jemandem rein schreiben? Oh. Sein Bild zum Flexking. Roller zeigen, aber er kommt... Das kommt nur, schon zu Mut. ... äh zu Mut. Von Rollins. Oh, was wir noch von Light Supplux. Oh, oh, oh. Und so ein Zulonz gibt es... ... äh, GMS ist... ... äh, GMS ist... ... richtig. Gart. Kevin Owens. Äh, nee. Kane Kopp, Kane. Ehm, dann müsste das jetzt erletzt werden. Äh, dann müsste das jetzt erledigt werden. es wird okay und kommt sofort bei Kriterien aus Koto so gut geht auch die Kampagne gerade zu prägt und ständig schulden der Fall gegen Glock Lesnar Eckwerker und was sind Tropik von Kane und der Lektor Peter also mein Tipp ist schon mal draußen äh wird Rack your life wird auf uns getippt dein Typ ist noch drin oh nein 2 Packet Stauber und währenddessen fliegt doch vor kurzem raus St ja das für lustig aber auch nicht St St und die 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 Haubein was das die 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 sind und entweder am sind und der wässling coolboy dass er sich hier mit aufbaut 9 haf ist so blax geht es so leckst doch auf der pop-up er wird und für die stadt so weit ich habe schon wirklich durch schafft es erfolge aufsort die reischaft das das ist wir haben das nicht zu bleibst auf dem Weg war es geht jetzt wird die Säden ist es für sich verpassen Wendt schafft es einfach nicht für uns aus aus denn hat sie noch nicht die Woche nicht und verpläst hat er mich sehen raus, das heißt die letzten drei, glaube ich, sind das jetzt Kevin Owens, Vaughn Wainz und Verpläts, das muss ich mich nicht hören oh, Wainz haut Verpläts über die Seile, und Wainz eliminiert Verpläts, damit heißt es, Vaughn Wainz gegen Kevin Owens oh mein Gott, das wäre ja zu krank, wenn Kevin Owens jetzt Champion Man-Wall-Rumble-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall der Drei-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall- auf ja auf Wainz Ne auf Owens, Owens fliegt nicht mehr raus Owens fliegt nicht mehr raus also in diesem Finale, eigentlich hab ich ja falsch getippt aber in dem Finale würde ich jetzt auf Owens tippen einfach weil er nicht rausfliegen will aber Wainz hat auch was dagegen Nehmt jetzt hier gegen die Seile kickt der ihn jetzt rausgehauen und und Wainz kriegt die wirklich rausgehauen und damit gewinnt Roman Reigns Royal Rumble oh my fucking head und der Anführer des Roman Empires hat zugeschlagen und war so nah dran denn dein Tipp